Wir haben den Wetterloch-Portal 2013 und stehen heute Abend an zwei Mannschaften gegenüber, die sich heute im ganzen Turnierverlauf durch Stadionleistungen herauskristallisiert haben. Nicht nur in diesem Jahr, das war im letzten Jahr schon sowohl die Vorwürzinger als auch die beiden Mannschaften, aber ebenso. Und an den stüdenden Trainern, der besten Stürmer des Turniers und der besten Vorwart des Turniers, als Turnier, die mir einen grästigen Applaus vom SV Zimmer, David Lanzarowski. Peter Nr. 3, Andreas Lohde. Peter Nr. 4, Timo Simons. Peter Nr. 4, Afran Galatas. Peter Nr. 4, Niklas Aini. Peter Nr. 4, Nico Banzer. Peter Nr. 5, Philipp Rousey. Peter Nr. 5, Philipp Rousey. Peter Nr. 5, Aya Saiten. Peter Nr. 5, Aya Saiten. Peter Nr. 5, Philipp Rö Investigative. RogerISS. Peter Nr. 6, Philipp Rö夏. Peter Nr. 5, Philipp Rö日本 Papier triple für WC hoofen Heisen. Peter Nr. 5, Philipp Rö 산. Peter Nr. 5, Philipp Röreiben�ن. Vielen Dank.